Musik Wir von 3Digity sind ein Forschungstransferprojekt an der Universitätsmedizin Göttingen. Wir haben eine innovative, 3D-gedruckte und motorisierte Fingerorthese entwickelt. Dieses Hilfsmittel soll die Handrehabilitation in all ihren unterschiedlichen Phasen unterstützen. Aber was bedeutet das genau? Die Rehabilitation von Fingerverletzungen oder Erkrankungen ist sehr aufwendig. Unsere Hände sind unsere wichtigsten Werkzeuge und die vielen kleinen Gelenke müssen beweglich und funktionstüchtig bleiben. Der Fachkräftemangel, die knappe Zeit der Therapeutin und die zu lange Ruhestellung der Gelenke führen häufig zu Spätfolgen wie Verklebung oder Versteifung der Gelenke. Der Bedarf einer unterstützenden Möglichkeit für diesen Prozess besteht akut. Und wir kombinieren neueste Technologien wie 3D-Druck, Antriebstechnologien und sogenannte Parametrisierungsalgorithmen, um jedem Patienten eine perfekt passende und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Orthese anzubieten, sodass diese zu Hause unbegrenzt damit üben können. So erwarten wir einen schnelleren und besseren Heilungsverlauf sowie eine Entlastung des medizinischen Fachpersonals. 2024 möchten wir unsere Entwicklungsarbeiten mit einer klinischen Studie abschließen und das Produkt vermarkten. Bis dahin werden wir mit unserem interdisziplinären Team aus dem Ingenieurswesen, der Physiotherapie, der Orthopädie-Technik und der Betriebwirtschaft den Markteintritt vorbereiten. Eine Innovation aus Göttingen in unseren Händen.